Ein neuer Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.